Über Operatoren stolpert ihr in jedem Schulfach. Es sind viel zu viele, unsinnigerweise bedeuten sie im Geschichtsunterricht etwas anderes als im Religionsunterricht und im täglichen Leben macht niemand einen Unterschied zwischen Erklären und Erläutern. Sei es drum. Wir schauen uns die wichtigsten Operatoren an, denn bedauerlicherweise nützen in der nächsten Klausur die brillantesten Gedanken nichts, wenn sie nicht zum geforderten Operator passen. Die Operatoren werden einzelnen Anforderungsbereichen zugeordnet, also Anforderungen, die man an euch stellt. Anforderungsbereich 1 erfordert Reproduktion, also in irgendeiner Form die Wiedergabe von Inhalten. Das ist der Anforderungsbereich, in dem es am einfachsten sein sollte, zweistellige Punktergebnisse zu holen. Anforderungsbereich 2 verlangt, dass ihr die Inhalte analysiert oder untersucht. In diesem Anforderungsbereich gibt es die meisten Punkte. Und Anforderungsbereich 3 verlangt, dass ihr etwas beurteilt oder bewertet. Dazu später. Wir schauen uns die einzelnen Anforderungsbereiche an verschiedenen Beispielen an und starten mit einem Text über Kaiser Barbarossa. Das ist nicht der Ausflug der Karibik, sondern der Kaiser, der zwischen 1122 und 1190 lebte und regierte und um den sich etliche Legenden ranken. Auch dazu später. Über Geschichte lernen wir aus Texten und anderen Quellen. Am häufigsten begegnen uns Textquellen. Die müssen zunächst einmal von Darstellungstexten unterschieden werden und das ist meistens ganz einfach, aber eben nicht immer. Eine Quelle, kann man sagen, entsteht in zeitlicher Nähe zu dem, was sie beschreibt. Napoleons Briefe an Josephine? Quellen. Hitlers Reden im Bunker? Quellen. Ein Darstellungstext kann hunderte von Jahren nach dem beschriebenen Ereignis verfasst werden und stützt sich meist auf mehrere Quellen. Was ist aber mit Livius, dem römischen Geschichtsschreiber? Der schrieb kurz vor Jesu Geburt über die Entstehung Roms, die er in das Jahr 753 verlegte. Livius' Plan war es, einen Darstellungstext zu schreiben, der einen guten Überblick über die gesamte römische Geschichte lieferte. Wir aber lesen ihn heute als Quelle, die uns nicht viel über die Entstehung Roms, aber viel über das römische Selbstbild zu Lebzeiten Livius verrät. Zurück ins Mittelalter. Es ist also sinnvoll nachzuschauen, um was für eine Textsorte es sich handelt. Grundlegend, ob wir es mit einer Darstellung oder einer Quelle zu tun haben, dann aber auch, ob es sich um einen Brief, einen Tagebucheintrag, einen Zeitungsartikel oder was auch immer handelt. So wie es hier sinnvoll gewesen wäre, vorher nachzuschauen, ob was für ein Reittiermann steigt. Gewöhnlich lautet die dazugehörige Aufgabe in etwa so. Fasse den Text zusammen, gib den Text wieder, gib die Kernaussagen wieder und das alles nach einer kurzen Einleitung. Das, was die Aufgabe mit der kurzen Einleitung meint, ist die Quellenkritik. Auf die gehen wir gleich noch ein. Wir starten mit einem Text aus dem Jahr 1156. Da war Barbarossa also 34 Jahre alt. In dem Text heißt es, der erhabene Kaiser Friedrich ist an Sitten und Gestalt ein Mann, dass auch die ihn kennen, welche ihm weniger im vertraulichen Umgang sehen. So hat Gott, der Herr und die Vernunft im Verein mit ihm, die Mitgift völligen Glücks auf seine Person gehäuft. Seine Sitten sind derart, dass nichts ihr Lob schmälern kann. Sein Körper ist schön gebaut. Von Statur ist er etwas kürzer als die längsten, schlanker und größer als die mittelgroßen. Sein Haar ist blond, an der Höhe der Stirn etwas gekräuselt. Die Ohren werden von dem darauf fallenden Haupthaar kaum bedeckt, da der Barbier um der Würde des Reiches die Haupthaarre und den Lockenbart unablässig verschneidet. Seine Augen sind scharf und durchdringend. Sein ganzes Gesicht ist fröhlich und heiter. War also ein prima Kerl, dieser Barbarossa, und sah auch noch super gut aus. Aber wir sprachen ja vorher von der quellenkritischen Einleitung. So wie es wichtig sein kann, sich erst einmal anzuschauen, auf welches Reittier ich hier steige, ist es immer, immer sinnvoll, sich erst einmal anzuschauen, was genau hinter der Quelle steckt, mit der wir uns befassen. Ohne Quellenkritik wird es mir schwer fallen, im zweiten Anforderungsbereich auch nur einen Fuß auf den Boden zu bekommen. Ich muss den Text verstehen und ich muss Besonderheiten des Textes bemerkt haben, um vernünftig mit ihm arbeiten zu können. Die Quellenkritik beginnt mit den W-Fragen. Wer hat was, wann, warum, wie und wo für wen geschrieben? Damit das Ganze aber für die Weiterarbeit sinnvoll ist, genügt ein reines Abarbeiten der Ws nicht. Es müssen jeweils, falls möglich, sinnvolle Schlussfolgerungen gezogen werden. Wenn ich also zu Wehr feststelle, dass der Text von Bischof Otto von Freising stammt, ist damit noch gar nichts gewonnen und selbst die Nennung weiterer Fakten über Otto bringt noch nicht viel. Anders sieht das aus, wenn ich mir für eine Sekunde verdeutliche, was es bedeutet, dass der Mann Bischof war. Er war überzeugter Christ, tiefgläubig, so ist es jedenfalls zu vermuten, und war im Geiste des Mittelalters davon überzeugt, dass es die Aufgabe eines jeden guten Christen sei, seinen Glauben weiterzutragen. Dann war er nicht irgendein dusseliger Stadtschreiber, sondern ein wichtiger und gelehrter Mann. Außerdem Zeitgenosser Barbarossas. Er hatte also vermutlich Zugang zu Informationen, die anderen verschlossen blieben, umso mehr als er sein Onkel war. Da ich weiß, dass Otto gelehrter und Diplomat war, kann ich ihm einige weitere Eigenschaften zuschreiben. Und was bedeutet das alles im Zusammenhang mit der Tatsache, dass also Barbarossa Ottos Neffe war? Nun, wir dürfen ihm getrost eine gewisse Parteilichkeit unterstellen. Damit fällt Barbarossas Schönheit von einer klaren 10 auf höchstfalls eine 7. Die nächste Frage, warum schreibt er einen solchen Text? Wer will sowas überhaupt lesen? Lässt sich mithilfe des bereits Gesagten schon ein bisschen leichter beantworten. Hier wird Staufer-Propaganda betrieben. Der Mann ist offensichtlich ein Parteigänger Barbarossas. Das ist ja offensichtlich, kann man sagen. Warum sollte man es überhaupt hinschreiben? Um sich während der ganzen folgenden Arbeit daran zu erinnern, dass bei dieser Textquelle einige Vorsicht geboten ist. Barbarossa rutscht auf eine schwache 6 ab. Wenn ihr nun auch die anderen W-Fragen ähnlich gründlich beantwortet, ist mindestens schon die Hälfte von Aufgabe 1 erledigt. Aber es fehlt ja noch die Textwiedergabe. Auch damit kann man erstaunlich viel falsch machen. In Textwiedergaben will niemand, niemand Zitate finden. Die Gedanken anderer werden im Konjunktiv 1 wiedergegeben. Wörtliche Rede gehört nicht in Textwiedergaben, denn es geht darum zu zeigen, dass ihr den Text verstanden habt. Nicht darum zu sehen, ob ihr fehlerfrei abschreiben könnt. Ich erwähnte es schon, ich erwähne es noch einmal. Hier haben Zitate nichts zu suchen. Zusammenfassungen und Widergaben unterscheiden sich beide von den Nacherzählungen der 4. Klasse. Sie schmücken nicht aus, sie sind nicht detailverliebt, sie beschränken sich auf das Wesentliche. Und dazu gehört auch, den Text nicht zu kommentieren. Egal wie schwachsinnig oder ekelhaft die Textvorlage erscheint, egal wie viele gute Ideen man zum Text hat, in Aufgabe 1 wird weder kommentiert noch interpretiert. Wenn ihr all dies nicht beachtet, schreibt ihr vielleicht etwas wie Konrad von Freising sagt, Barbarossa wäre an Sitten und Gestalt nur in vertraulichem Verkehr ein angenehmer Mensch. Das finde ich total daneben. Beginnen wir vorn. Wäre ist Konjunktiv 2 und verweist in die Sphäre der Fantasie, in der es Hobbits und Einhörner gibt. Gefordert ist hier Konjunktiv 1 und der lautet in diesem Fall sei. Dann wurde der Text offenbar nicht gründlich gelesen und deshalb komplett falsch verstanden und dementsprechend falsch wiedergegeben. Natürlich ist Barbarossa eine zauberhafte Persönlichkeit, mit der sich die Beschäftigung in jeder Hinsicht lohnt, deshalb kennt ihn ja auch jeder. Damit haben wir auch gleich das Zitat gestrichen. Und zum Schluss noch der Kommentar, den streichen wir ebenfalls, und zwar ersatzlos. Niemand schreibt Klausuren, um mit 5 Punkten nach Hause zu gehen oder mit weniger. Deshalb ist gute Planung unfassbar wichtig. In Leistungskursklausuren gibt es meistens 4 Aufgaben. Wenn ich die ersten beiden mit 15 Punkte abschließe und zu 3 und 4 nicht mehr komme, kriege ich eine 3. Aber eben auch nur dann, wenn ich in den ersten beiden Aufgaben die volle Punktzahl erreicht habe und niemand mir 2 Punkte für meine miese Rechtschreibung und Zeichensetzung abzieht. Deshalb ist zunächst mal eine gute Zeitplanung wichtig und die muss man üben, auch schon vor der Abiklausur. Für die Gliederung gibt es etliche Möglichkeiten. Ich mag Mindmaps gern, deshalb bin ich ja auch Lehrerin. Genauso gut kann man aber tabellarisch gliedern oder indem man eine wüste Clusterwolke aufschreibt, die man dann mit Buntstiften sortiert. Die einzige Form der Gliederung, die gar nicht geht, ist keine Gliederung. Kein Lehrer, kein Professor von Lehrerinnen und Professorinnen, ganz zu schweigen, würde einen 10- bis 20-seitigen Text schreiben, ohne sich vorher sinnvolle Notizen zu machen. Das wäre intellektueller Selbstmord. Die Hälfte der guten Sachen, die euch zu Beginn der Klausur einfallen, vergesst ihr, bis ihr zu der entsprechenden Aufgabe kommt. Ich also mache mir eine Mindmap, die größer und komplexer aussieht als diese hier. Dann markiere ich die Reihenfolge, in der ich die Punkte ansprechen möchte und dann erst lege ich los. Das dauert recht lange, aber dafür geht das Schreiben dann umso schneller und sieht a besser aus, als diese lästigen Sternchen, die auf irgendwelche Zusätze verweisen, die eure Lehrer dann mühselig irgendwo in eurer Klausur suchen müssen und außerdem ist es in sich schlüssiger. Eine der W-Fragen beschäftigt sich mit dem Wie. Damit ist nicht mit Tinte und Federkiel gemeint, sondern es geht eher um sprachliche Auffälligkeiten, die bei der Analyse helfen können. Hier haben wir Adjektive wie Erhaben, Schön, Schlank und Heiter, die dafür sprechen, dass der Schreiber eindeutige Sympathien für Barbarossa hegt. Dann lässt sich feststellen, dass Barbarossa über einen erstaunlichen Haarwuchs verfügt. Haarwuchs deutete im europäischen Mittelalter und in der Antike auf Kraft hin. Der biblische Samson verliert seine Körperkraft, nachdem die Leila ihm heimlich die Haare abschneidet. Die Merowinger wurden vom Thron gestoßen, indem man dem letzten aus der Sippe den Kopf schor und ihn in ein Kloster steckte. Auch Barbarossas Haare werden also geschnitten, allerdings auf seinen höchst kaiserlichen Befehl hin, um der Würde des Reiches willen und wie der Text uns sagt, wird er nicht geschoren, sondern elegant geschnitten, sodass die Haarfülle ihn nicht an der Ausübung seiner Regierungsgeschäfte hindert. Der Verweis auf den Barbier dient also dazu, Barbarossa noch männlicher und noch mächtiger wirken zu lassen. In dieselbe Kerbe schlägt die Erwähnung seiner Sehkraft. Der Mann hat Augen wie ein Adler, dem entgeht nichts, verrät uns der Schreiber, ohne das ausdrücklich zu sagen, ziemlich elegant. Weniger elegant und versteckt ist der Verweis auf Gott, der belegen soll, dass Barbarossa mit der Gnade Gottes ausgestattet ist, mit der höchsten denkbaren Legitimation also in Zeiten vor freien und öffentlichen Wahlen. Nächste Quellenart, die Bildquelle. Dazu gehören etliche unterschiedliche Quellen, die euch im Laufe der Semester begegnen werden, je nach Thema mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Wenn ihr euch mit der Krise Roms beschäftigt, tauchen Wahlplakate wohl nur selten auf. Wenn es aber um die DDR-Geschichte geht, begegnet euch sicher irgendwann einmal ein Plakat, in dem Stalin liebevoll in die Zukunft schaut. Auch hierbei gilt also, achtet darauf, um was für eine Quelle es sich handelt. Ein Propagandaplakat ist anders zu bewerten als eine Fotografie. Deshalb gilt auch hier wieder, ohne Quellenkritik geht gar nichts. Im vorliegenden Fall sehen wir ein Bild von Kaiser Barbarossa. Einige Merkmale weisen es auf den ersten Blick als mittelalterliches Bild aus. Es gibt kaum Mischfarben, die Gesichter, die Figuren sind wenig individuell. Der wichtige Mann wird deutlich größer gemalt als der unwichtige Mann, in diesem Fall der Probst Heinrich, der Barbarossa ein wertvolles Buch überreicht, das Barbarossa selbst gestiftet hat. Das nennt sich Bedeutungsperspektive. Und wenn all die anderen Kennzeichen mich sowieso schon auf das Mittelalter hindeuteten, die Bedeutungsperspektive ist ein untrügliches Kennzeichen mittelalterlicher Malerei. Die Inschrift, die ich hier nur so hingekritzelt habe, weist Barbarossa als Verteidiger des Christentums aus. Der Reich als Apfel in seiner Hand zeigt ihn als Besitzer der Reichsinsignien, also als den obersten weltlichen Herrscher der Christenheit. Und die Kreuze, die sich auf seinem Mantel und auf seinem Schild finden, weisen wiederum erstens darauf hin, dass er ein frommer Christ ist, und zweitens darauf, dass er ein Kreuzfahrer ist. Zum sonntäglichen Kirchgang nimmt schließlich niemand seinen Schild mit. Also, wiederum erst beschreiben, dann über die Beschreibung nachdenken. Und schließlich lohnt sich noch ein Blick auf die Jahreszahl, falls ich nicht von selbst auf die Erklärung für den Schild komme. 11,88, also kurz vor Barbarossas Aufbruch zum Kreuzzug, auf dem er bekanntermaßen ertrunken ist. Ist er doch, oder? Auch dazu später. Eine gründliche Bildbetrachtung ist wichtig. Ein Bild muss man genauso verstehen wie einen Text, sonst wird das nichts. Dazu ein Beispiel aus einer Klausur der vergangenen Jahre, in der dieses Renaissance-Gemälde von Piero della Francesca beschrieben werden sollte. Aus der Mutter Maria unter der Muschel wurde da ein Adler, der über einem Ritter schwebt. Dass in diesem Fall das Rätsel, warum der Ritter ein Baby auf dem Schoß hielt, nicht gelöst werden konnte, versteht sich von selbst. Kommen wir zu einer weiteren Quellenart, der Ding- oder Sachquelle. Dazu gehört fast alles, was nicht aufgeschrieben oder aufgemalt ist. Und weil dazu fast alles gehört, ist auch hier wieder ein Blick auf die Art der Quelle ebenso wichtig wie die Quellenkritik. Und nein, es genügt in der Klausur nicht, eine Quellenkritik zur ersten auftauchenden Quelle zu machen. Denn, wie wir gesehen haben, ist der Sinn und Zweck einer Quellenkritik nicht, dem Lehrer eine Freude zu machen, sondern sich selbst in die Lage zu versetzen, mit der Quelle sinnvoll zu hantieren. Dabei ist es dementsprechend egal, ob es sich um eine oder drei Quellen handelt. Jede sollte mit dem gleichen Respekt behandelt werden. Im vorliegenden Fall bleiben wir bei Barbarossa und betrachten ein Denkmal, das ihnen voller Pracht zeigt. Der echte Barbarossa ist 1190 während des Kreuzzugs in der heutigen Türkei ertrunken. Ob seinem Gefolge der Leichnam zu schwer wurde in der sengenden Hitze oder was sonst geschah, sein Leichnam kam nie im Reich an. Und weil Barbarossa schon zu Lebzeiten überlebensgroß war, durfte er genauso wenig sterben wie Elvis. Stattdessen entstand schnell eine Legende, die besagte, Barbarossa sei gar nicht tot, er schlafe nur in einem Berg, dem Kyfhäuser, und warte dort, bis sein Volk ihn eines Tages in der Stunde der Not brauche. Und 1890, also 700 Jahre nach seinem Tod, begann man am Kyfhäuser mit der Errichtung eines Denkmals. An seinem Fuße Barbarossa schlafend und mit langem Bart, wie in der Legende, und weiter oben der gerade gestorbene Kaiser Wilhelm I. Ein bisschen sieht das Ding aus wie die Reste einer Stauferburg, das soll's auch, und man könnte auf den Gedanken kommen, hier solle Barbarossa geehrt werden. Aber auch hier lohnt sich ein genauerer Blick, will sagen, eine quälinkritische Untersuchung. Der alte Kaiser sitzt sehr entspannt am Fuße des Denkmals und scheint eins zu werden mit seiner Umgebung, außerdem schläft er. Er ist aus Stein gehauen und hebt sich auch farblich nur unwesentlich von seiner Umgebung ab. Kaiser Wilhelm aber thront deutlich über ihm, den Blick nach vorn gerichtet und überblickt die ganze Umgebung. Dieser Wilhelm besteht auch nicht aus Stein, sondern aus Metall, das im Laufe der Zeit patiniert und sich so auch farblich deutlich gegen den Rest des Denkmals abhebt. Durch diese Anordnung wird hier Geschichte interpretiert. Wir müssen nicht mehr auf Barbarossas Wiederkehr warten, sie wurde im Deutschen Reich von 1871 mit Wilhelm I. vollendet. Kommen wir zum Schluss und zum Anforderungsbereich 3. Möglich wäre ja die Frage, ob der Barbarossa-Mythos im Deutschen Kaiserreich instrumentalisiert wurde. Und auch wenn die Antwort auf diese Frage beinahe auf der Hand liegt, tun wir mal so, als sei diese Frage einigermaßen kniffelig. Beurteile verlangt immer ein Sachurteil und ein Sachurteil verlangt immer das Abwägen beider möglicher Antworten. Für Ja spricht, für Nein spricht. Also Sätze wie meiner Meinung nach oder Satzanfänge wie ich denke, ich finde, führen fast immer ins Nirgendwo. Eure Meinung ist für die Klausuren viel weniger interessant, als ihr vielleicht denkt. Gefordert ist ein abwägendes Urteil und zudem kann man erst gelangen, wenn man für beide Positionen einige Argumente gefunden hat. Und wenn man das alles beachtet, steht den 15 Punkten eigentlich gar nichts mehr im Wege. Und wenn man das alles beachtet, steht den 15 Punkten eigentlich gar nichts mehr im Wege.